Doch, ich glaube mich nicht! Wir stehen vor dem Altar! Du schaust mir die Augen! Wie schaust du deiner Schwester auf? Oh! Was? Scheiße, wieder zurück bei Five Left Reddys? Oh, nein! Okay. Schluss mit uns nicht, wir sind ja nach 5 stehen geblieben, deswegen machen wir einfach weiter. Wir schaffen schon die Nacht... äh, Nacht 6, meine Lieben. Nacht fucking 6. Oh Gott, ich muss mal schnell hier meinen WLAN ausmachen, ne? Ich klappe jetzt, ja. Genau. So, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt ein bisschen, ne? Ähm... Ein kleiner bisschen mal nachschrub... Ach du Scheiße. Wir müssen ein bisschen Nachschrub machen, denn, ne? Ich weiß nur, ob... Five Left ist, äh... Okay, die ist noch rausgekommen, ne? Und dann Häuser... Und dann Häuser... Wir müssen dann noch... Die sind noch... Sie haben noch die 100... Die sind noch die 100... Rauskommen. Richtig, ich mache natürlich einen Kanal für den Horror-Strain hier irgendwie. Wolltest du das mal machen? Naja, ich will schon mal. Ich weiß nicht, wie wir ihn sagen. Okay, Chica ist dort und da ist niemand, okay. Also du bist Chica. Ich sammle hier wieder Erfahrung in den Horror-Strain. Scheiße, mir zu. Guck. Fuck. Ich brauch das mal auslisten. Ich hab's einfach nur geschafft. Obwohl doch, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat, die letzten zwei Videos. Ja, wo ich gestern auf Dalalalala Wrestling geguckt hab. Und dann hab ich gedacht, das film ich mal. Eigentlich hatte ich das mal auf Twitter zu posten, aber... Ah. Diese Videos werden dann... So, jetzt gibt's Jumps, ja. Oh. Was ist das? Was ist das? Ist das Puppet? Ist das ja irgendwie Störungen? Was ist das? Puppet! Was ist das? Was ist das? Das ist Blut. Digga, jetzt kommt gleich irgendwie Purple Guy oder so. Scheiße. Nicht euer fucking Ernst. Ah, Alter, 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 ist immer wieder von vorne. Diese scheiß Minigames, ne? Alter, die fucken niemanden wirklich ab. Ich muss mal gucken, ob dieser Bonnie da schon im freien Wehlauf ist, ja. Chica und so sind alle da, okay. Also in Ordnung. Ich sollte nicht... Okay. Ich glaube, Bonnie ist weg. Jetzt kommt Mengo, genau. Hä, was ist das? Äh, ich kann... Hä? Hä? Ach, du bist ohne, ja. Hi. So, wir dürfen nicht so lange auf diese... diese Cam rumweilen. Gerne. Sonst bekomme ich Jumps gefunden, Foxy. Mal gucken, ob ich diese Nacht überhaupt noch schaffe. Aber ich kenne Bock, ja. Okay, fuck, schon mal wegen, da kommt Lady mit Bonnie oder so. Ne, das ist nicht, man. Oh, man. Hallo, ich will mal. Das habe ich jetzt gehört. Bonnie. Oh, man. Nein. Nicht. Okay, warte mal. Ich mache es so. Bumm. Und falls ich mal nicht irgendwie... Bonnie so... Oder jemand anders, der im Schacht ist, die werden ja, glaube ich, immer vor mir oder so sein. Also, man. Wollen mal bei den Stimmen so jetzt natürlich nicht so einer. Also, wenn er da drin ist, der geht dann immer raus. Also, wenn da drin ist, der drin ist, der geht dann nicht mehr raus. um und ich hätte so viel okay immer mehr so immer drin ist drin die zweite eben haben und die Mitte hier weg von diese Scheiße hier dann ist natürlich nicht so ein Problem aber gerade bei 2AM das ist schon was anderes genau fach ging er von der Eiffel und dann wollt ihr noch von mir dass ich noch 1 in der Reihe oder wenn er sind und dann kommt er wird er noch mal machen nur die Schäferung nicht spielen oder was und diesen 5 Scheisse wir haben die Hälfte weg und die Hälfte von der Hälfte von der Batterie ist weg dann wollte ich mich eigentlich verarschen stehen sie so fucking vor mir die Maske einfach so die ganze Zeit angelassen da passiert doch nischt boah ist hier was gegen die Luft oh man hat die Scheiße ich hab was in den Schächten gehauen ja ja ich bin am Arsch wir können es vergessen ja yo fuck ach du leck mich doch am Arsch man oh ne ist ja was ich guck ich guck jetzt einfach wie wir eh alter ach du scheiße egal das war es jetzt mit diesem Video wir sind jetzt nicht weiter gekommen also wir haben so ein Scheiß Mini Game irgendwie gespielt und das könnte uns irgendwie weiterhelfen mit dieser Scheiß Geschichte und so wir werden mal Geschichte schreiben irgendwann in 16 Jahren da bin ich 27 und da hat es dann seit der Wochenende das war's ciao ja 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 ja